Moin Moin und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mich dazu entschieden, spontan dieses Wochenende ein sehr entspanntes Wochenende zu machen und mich ein bisschen mit Massagen, Meditation und einem Wohltunen-Schauen mal zu verwöhnen, anstatt im Schnitt zu sitzen. Und so kommt es, dass ich nicht mit einem richtigen Video heute bin. Vielleicht könnt ihr das allerdings auch als Inspiration nehmen und für euch heute mal schauen, was könnt ihr für euch heute eigentlich tun, damit es euch gut geht. Vielleicht habt ihr auch Lust auf ein schönes Schaumbad oder einen Spaziergang oder eine Massage, die ihr euch vielleicht auch selbst gebt oder jemanden habt, der sie euch gebt. Oder, oder, oder. Die Möglichkeiten sind da ja ganz, ganz, ganz vielfältig. Und ja, einfach bis heute auch einfach mal nichts zu tun und dann ja auch mal die Sachen sein zu lassen und sie einfach mal, dass es euch richtig gut geht zu lassen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen für euch. Und was habe ich denn noch zu sagen? Ich freue mich gerade einfach nur, dass ich viel anstrengendes Kram hinter mir habe und jetzt wieder in Kauf freimachen kann für kreative, frische, neue Sachen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne auf OnlyFansbook vorbeischauen. Da bin ich gerade sehr aktiv und ich glaube, es lohnt sich. Und ansonsten gibt es in meinem Shop auch ein neues Video. Da kann man noch mehr von dem Badewand-Thema und Schaumb-Thema hier sehen, wenn ihr darauf wartet. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns ja mit neuer Energie auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Vielleicht schon in diesem hier. Da geht es auf jeden Fall auch um Entspannung. Oder wir sehen uns am nächsten Sonntag. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Alles Liebe. Ciao. Tschüss.